Herr Schulz ist mit seinem Unternehmen voll auf Wachstumskurs, erfolgsorientiert und modern. Allerdings gibt es da ein Thema, das ihn seit längerem beschäftigt. Wie könnte man seine Mitarbeiter von Routineaufgaben entlasten und gleichzeitig die Kosten senken? Eine Möglichkeit, die ihm dabei besonders gut gefällt, wäre die gesamten Drucksachen auszulagern. Aber dabei macht er sich einige Sorgen, denn wohin gibt man seine vertrauliche Korrespondenz am besten? Sind denn alle Kundendaten, Korrespondenzen und Rechnungen in einem Online-Portal sicher aufgehoben? Ist die Ersparnis das wirklich wert? Ja, lieber Herr Schulz, es gibt eine Lösung für all Ihre Wünsche. Lassen Sie sich Ihre Korrespondenz einfach hier drucken. Das Portal ist 100% sicher, spart knapp 70% der gesamten Druckkosten und lässt Ihr Unternehmen jederzeit flexibel handeln. Korrespondenzdrucken sorgt dafür, dass Ihre Druckdaten schnell, sicher und zuverlässig ausgeliefert werden. Egal wie viel, egal wohin. Und das Beste, so hat Ihre Büromanagerin endlich wieder mehr Zeit, sich um Sie, Ihre Firma und Ihre Ziele zu kümmern. Lassen Sie doch auch einfach Ihre Korrespondenz drucken.